hallo meinen Zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Doomstay Haze, Act 4 Vorbereitung, äh, Act 3 Vorbereitung 0, ja heute meine ich nicht alleine sondern zusammen mit jura und simi02 wie immer, was Spiel macht, oh oh, klauen wir den Cantralio? ja auch gut weiter ich bin mir ich hatte meine Eilter Geil Kostmann der Base Warte auf mich ja aber ich komm dann schaust du wir sind schon im die Screen dieser Panzer wohl eher jährlich der ist mehr geht ab sich empfangen Dankeschön ich fahr den er kommt eigentlich das höchste Level also darf ich wer das Dichter mehr dass ich dann fast jetzt du hast du hast du nie ein paar Jolly gefahren oder hast du einen Rhino gefahren ziemlich kann gut schießen also guck mal ja ja guck ich hab schon mal so ein Ding gefahren so ich fahr jetzt mit dem schnellen ja torero da ist er der neue dann zeig ich meinen zuschauer jetzt auch mal den neuen Wagen läuft die Aufnahme auch oder? ja die läuft schon hab ich doch grad schon anmoderiert was eine Anmodding ja ich mach die ich müde mich dabei immer und dann zeig ich eure Namen wenn ich mich entwüße was für eine Ansage wow ach das hat das zu bedeuten ah gut zu wissen oh es wird sogar ganz dunkel ganz dunkel Alter was warum hast du eigentlich den Kacks-Bot hier genommen? äh weil er am günstigsten war immer noch wow das ist mies ich hab das Fahrzeug ist schneller da müssen wir hin ok stimmt die Red Gamers ist glaub ich schneller ja ich hab vom Sport alles gut getunt ja ich auch oooohh ok ich glaub die andere ist schneller weil du so viele Unfälle brauchst hallo das war jetzt einfach wobei es hier bisschen hügelig ist aber es ist ein Unfall ja Unfall ist ein Unfall Unfall ist Unfall geh auf zu schießen leider geh auf zu schießen geh auf zu schießen geh auf zu schießen geh auf zu schießen jung wenn er noch einmal schießt sprengt dein Auto weg hallo ich mach das doch gar nicht mal mal ziemlich bei mir doch egal dann kannst du ja rauskicken hä ich hab dich hä warte hä hä ok ich teleportierst dich Alter beim Begriff oh Gott hä ich hab komplette FPS-Einbrüche what denn hast du das Auto gesehen wie es das einfach vor uns gestellt hat so richtig vor uns teleportiert ja du bist halt auf einmal vor mich keine Ahnung du bist halt einfach nach hinten hä hä ich bin so gut bist du dumm nee so Alter ich bin so gut bist du dumm du bist so gut bist du dumm du bist so gut bist du dumm he hä weg dir auf nein du lass es hab ich da hinten so Pfeile drauf feile? heiten inte schwarze Pfeile. Welche Pfeile? Ja, das ist das schwarze Dreiecke hinten. An den Seiten. Achso, ich glaub das sind Lüftungsbestände. Ah ne, die sind dahinter. Wahrscheinlich nur zur Deko. Oder Sensoren. Ey, weit ist nicht hoch, er weg. Ich würd sagen, ein Kilometer. Na. Oh, ey. Hat ne Idee. Pass auf. Herr Fertkäufelein, Alter, was eine Idee. Oh, wir müssen auf den Schropplatz, nice. Ah fuck, hab ich ausgeführt, aber was. Ah, mit der Boeing. Das ist ein Flugzeugfriedhof. Okay, da sind ganz viele Arteriere, Geschützer und sowas. Ähm. Ich hab ihn jetzt hin. Ja, kannst mal den Typen davon bitte töten. Alles klarchen. Da hast du ihn nicht mal getötet. Okay, warte. Leute. Lüft-a-da-da-da-da-da-da. Wenn du's sehen, kannst du's smashin. Entfình with me. Depp an, mein Auto. Mein Auto hat zwar gute Panzerung, aber so stabile ist es nun auch nicht. Und was, was siehst du da drinne? Weißt du was? Ich seh das drinne. Prozent also die ganzen Wagen das ist keiner drin das ist eine Zerstörung bei der ich immer kurz in den Panzer oder kommen wir mal ein bisschen wenn du so was zu stören Roo erstmal muss ich hier können könnte immer was sie reinkommen und bitte mal die tippen töten wir müssen das Fahrzeug zerstören ach so oh man und das ist ein bisschen bewusstlos habe ich das Gefühl gut dass ich mit dem Auto hier bin ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen also weil da drin sind noch ein paar Leute er hätte ich auch von wo so wo seid ihr denn da bist du da ich dich ist doch ein Anhänger ne ach da oh ja mein Gott wir ein bisschen blind lass mich rein lass mich rein da ist der Panzer hohohohohohoi so ich fahre du schießt Nein! Doch. Abend, Jungs. Aua. Ja! Was macht der denn jetzt? Ihr habt das Auto extrem geil geschossen. Nein, nicht ernsthaft. Oh mein Gott, ich hab doch da schon mal so geschossen. Ich kann hinten rein? Zieh mich da rein, zieh mich da rein. Ähm. Ah, ich kann, ich kann Granaten werfen. Digga, zieh mich, Alter. Ja, zieh mich, darf ich bitte schießen? Nein, ne, ne, warte, 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 wer fährt denn? Ey, du kannst hier mit Granaten raus, ne? Ja, ich bin hinten drin. Ey, Jungs, komm auch hinten rein. Dann schießen von Lücken. Hat er ja auf, Jungs zu verfahren. Ey, der ist doch drinnen! Nee, er ist hinten, er hat sich hinten gebault. Nein, der ist doch drinnen. Nee. Ich hab schon mal so Ding gefahren, wie es geht. Aber haben wir vorne eine Railgun drauf? Ja, haben wir. Ja, schieß mal, schieß mal, zieh mal ziemlich. Ich kann aufladen und loslassen. Wenn ich auflade, dann muss ich gedrückt halten. Hier kam der Racki. Du musst nach oben ziehen, schieß nach oben. Ja, warte. Ah, perfekt. Nee, au-au-ha. So, jetzt ist er drauf. Ah, von links kommt noch einer. Äh, von rechts mal nicht. Ja, hab' ich. Sag mal. Aber du musst auch einen gewissen Abstand halten. Oh, keine Kanate. Easy. Okay, man kann die Granate komplett zu hoch machen. Ach, der will doch. Du, äh, wenn du auflädst, ist der Schuss stärker. Das bedeutet, der ist, glaub ich, dann so doppelt zu stark oder sowas. Kannst du mal bitte noch mal fahren? Ja, warte. Ey, ich sag doch, fahren, ne? Er soll eigentlich nur schießen und nicht fahren. Weil leider kann man ja hier nicht... Ey, der Panzer ist, glaub ich, der einen sollt kaputt. Nee, der ist nicht kaputt. Ach, er lässt dich so scheiße auf einmal lenken. Er soll nicht fahren. Nein. Da mal. Alter, du... Komm dir jetzt an! Die eine Kette ist, glaub ich, kaputt. Nein, das ist ja nicht. Der ist noch vollkommen im Takt. Der Panzer hängt, glaub ich, mehr als zwei Raketen aus. Wir haben nur eine abbekommen. Ja. Er lässt sich wirklich so scheiße lenken. Das ist kein Witz mehr. Oh, der brennt. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Der explodiert. Ja. Der ist schon explodiert. Ich schmeiß mal ein paar Granaten nach vorne. Oh, ich hab's gerade einen getroffen. Ey, Vorsicht, Hunter! Er hat die Hora schon. Oh, easy. Keine Sorge, ich spiel Flugabwehrgeschuld. Ey, alter! Okay, wenden. Geh mal. Scheiße. Gefahren, oder? Der Arme. Er fährt fast da hinten, ich hingucke, aber noch fast. Wo ist der Punkt? Ach, da hinten. Und die Explosion ist, glaub ich, sogar größer. Wartet, guckt euch das mal an. Und jetzt? Das. Nö, war genau gleich. Okay. Und heute drehe ich bitte jetzt erstmal ausfragen. Ja. Alter. Ja, 45er-Zone. Warte, das geht mal in die Ego-Perspektive. Alter, ich, äh, 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 sehe von der Ego-Perspektive nur wie die Raygun, äh, aus sich auflädt und so. Ja, ich fahr, glaub ich, dahin, wo ich hingucke. Oh, von hinten kommt Nanta. Ja, bin doch schon längst dran. Machen die Granate? Kann ich Granaten so hochschleudern? Hm, was? Äh, ich glaub, der kann noch einen Typ neben dir rein, äh, so gemacht. Ja, kann er. Ja, der kann den anderen Racketen, anderen Dings bedienen. Ne, wie, ist jetzt recht so bedient? Den linken Granatenwerfer und der Zyp, der links sitzt mit dir dann die rechten, hä? Ironie, du spürst. Ja, vorne sind ganz viele feindliche Fahrzeuge. Ja, ich versuch's grad schon, easy. Himmel hoch, Platin. Oder ist das Silber? Weiß ich nicht. Ist das so grün? Ja, dann ist es Platin. Oh, einfach mal kurz hinter uns. Wisst ihr was? Ich hab, äh, ich denk mal, wir müssen alle mal zusammen, äh, aus dem Militär, einen Panzer klauen. Der hat aber keine Granaten. No. Ja, ich weiß aber nicht. Wie viel kostet dieser Panzer eigentlich? Äh, zwei Millionen, glaub ich. Boah. Oder, ja, wenn du, glaub ich, äh... Warum geht dir andreut die Markierung weg hier, ne? Wenn du die, ähm... Okay, die brauchen, die kann ich einfach nur geradeaus. Wenn du die Bedingungen erfüllst, glaub ich, nur eine Million oder drei. Ja, Yoba, müssen wir im Finale eigentlich dieses Panzer auch benutzen? Ähm, oder den Barrage, das Teil, den wir vorher geklaut haben vom Dingsbombster. Panzer oder Barrage, können wir uns aussuchen. Panzer oder was? Barrage, das Teil, was, ähm, zwei Gesch... ...Sützer hatte, was wir geklaut haben vorher. Ich würd den Panzer nehmen, Alter, der hat doch mehr aus. Panzer, so viel besser. Und was hast du mitten jetzt genommen? Panzer. Ah. Und, ähm... Der quetscht hinein. Äh, achso, ne, ich wollt grad fragen, ob ihr markieren könnt, aber wir sind schon da. Take this da oben. Oh, lol. Hab ich den grad einfach. Huch. Da ist ja noch rechts rein. Ja, ich fahr dahin, wo ich hingucke. Okay. Manchmal so ein kleines bisschen. Fahr runter. Ja, okay, wenn ich nicht, äh, von, äh, Gaspedal los... Jetzt fahr doch rein. ...lässe, dann... ...dann fährt er dann ruhig. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Moinsen! Hä? Als wenn das zählt! Nein! Wollt ihr mich eigentlich grad verarschen? Okay, wir wissen's fürs nächste Mal. Ich dachte, man kann die nicht töten. Ich auch. Natürlich! Was trinkt ihr euch denn? So ein paar Millimeter vorm Ziel, Alter! Wie, wie, wie spawnen wir? Ja. Oh, nein! Ah, okay. Alter. Man, ich bin hier durch die Luft geflogen. Oh, Gott, ey. Diesmal fahr ich bitte. Darf ich bitte diesmal fahren? Dann darfst du fahren. Dankeschön. Alter, Jora. Hä? Warum steckst du... Hä? Ähm. Hallo. Dankeschön. Sonst fühl ich hinten. Hä? Sag mal! Wie lade ich die auf? Ähm. Ich glaube, ich bin... Ich hör euch mal kurz nicht. Oh, Vorsicht! Was machst du denn? Ich denke mal, wir sollten uns so einen Panzer mal kaufen. Boom! Wo müssen wir dann? Äh, hinter uns. Ja, hier, jetzt. Oh, Hunter! Hahahaha! Easy! Hallo? Hier liegt noch. Ja, ehh, Jora ist eigentlich unser Geschütz, ne? Jora, bist du da? Okay, er ist da. Kann mal einer markieren, bitte? Ja, okay. Ich hab markiert, aber... Hinter uns, Jura. Oha. Okay. Lass mich aussteigen. Ich versuch mal den... Nee, den müssen wir zerstören, den kannst du nicht nehmen. Doch, kann man. Oha. Jura. Ja, das stimmt. Bin doch schon da, meine Fresse. Weil er mitnimm mal über uns ab. Ich wollte eigentlich mal ausprobieren, ob ich den Panzer clownen kann. Er wusste, er wusste. Vielleicht sind wir uns. Ja, ich konnte so hochhalten. Ich werfe noch ein paar Granaten hin. Kann man übertreten? Durch. Oha. Der holt ja gar nicht so aus. Alter, der hängt... Die beißen sich so fest. Ich würd aufladen, ne? Weil dann ist der ein Schuss stärker. Das ist der Panzer. Das ist der Panzer. Das ist der Panzer. Warte, lass mich... Ach, scheiß drauf. Okay, also... Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, wenn man zielt... Und dann... Gas gibt Pferde dahin, wo man... Ja. Aber wenn du normal fährst, dann nicht. Deswegen zielt man und drückt man in dessen A oder D. Wir fahren. Weißt du so, wenn du auf der Straße bist oder... Ja, wenn du... Es ist... Es ist ein bisschen dumm, die Steuerung vom Panzer. Aber ansonsten geht die eigentlich. Also wenn ich jetzt hier auflade, dann fahr ich da auch hin. Bitte? Ja. Ja, ja. Deswegen habe ich auf... Deswegen habe ich auch auf der Straße... Äh, ganze Zeit Probleme gehabt. Das erklärt einiges. Warum ich existiere. Warum der Wut existieren. Okay, diesmal töten mich die Leute dann nicht. Vorsicht, Tante. Ja, ja. Ein gut gezielter Schuss. Ich will mir auch schon einen Panzer kaufen. Der ist mega geil. Ich schaue kurz nach, wie viel der kostet. Ja, Jora, da musst du mal... Also wir haben ein paar... Nee, Jora, schieß mal lieber, weil ich habe eh nicht so viel zu tun. Weil du bist eher das Geschütz obendrauf. Okay, warte, ich gucke jetzt nach. Oh, da ist ein Panzer im Sommerangebot. Normaler Panzer? Nein, so ein kleiner Panzer. Äh, Akula. Ah, das war. L.S. Sterling. Kann Jolly, falls es dir hilft. Halbkettenfahrzeug. Oppressor. Ich habe nur noch alles zu studieren. Hydra. Kostet 3 Millionen. Äh, Rhino-Panzer... Äh, der normale... Der Rhino-Panzer kostet 1,5 Millionen. Und der andere Panzer, der kostet... Den habe ich noch nicht gefunden. Ah, da ist er. 3,8 Millionen. Boah. Und für die Voraussetzung 2,8. Also eine Million weniger. Also ich glaube, da würde ich mir erstmal den normalen Panzer holen. Und dann den Rhino... äh, dann den Panzer. Alter, das ist ein richtiger Trickstand eigentlich, bevor ich daneben gezielt. Ich wollte eigentlich nichts tun, ne, weil... Ich kann einfach... Ich kann einfach zugucken. Bummer, die haben uns ja einfach den Weg ein bisschen frei. Deswegen hat's, äh, der Typ, der... Mit dem ich immer gefahren bin, äh, nie aufgeladen. Weil er ganz genau wusste, dass es scheiße ist. Kann das Auto mal bitte vor uns hier weggehen, Alter? Ah! Mein Gott. Ähm... Jura, kannst du mal ein Bitteres Mausrad drehen? Mal gucken, ob du was wechseln kannst. Raygang-Geschütz kann ich nur... Mal... Wo heißt das? Ne, kann ich nicht. Double Kill. Okay, jetzt geht's nichts mehr feuern. Wir... Nein. Wir alle feuern jetzt nicht mehr, okay? Wir beruhigen uns hier jetzt... fahren... in den gelben Kreis. Moinsen, Leute. Was geht's? Oh. Okay, wir haben die Package. Jetzt, wir gehen weg von Clifford. Hey, vielleicht habe ich aus dem Robot und denke, wenn die Bombe beginnt. Okay, dann machen wir die. es muss doch immer so also dann ja ich muss doch ja dann was wir mal kurz rausgehen ja eigentlich könnte ich mir der reino panze auch kaufen wenn ich will wenn du willst so könntest du musst doch nicht ich würde lieber den Casino und Resorts ähm er hat übersteuert der Komplettmöglichkeit auch mal stehen beide drei damit ich warte ich mich mal was austesten also nur zwölf Leute ich hab Dings aus aber wir sind nicht im Team ne doch siehst du sind wir warte kann ich die Bombe ist weg wollen wir uns mal einen Rhino-Panzer-Clone ne doch komm bitte guck mal Yoha oh er hat Geld getoppt komm lass uns einmal einmal in oh hi Yoha einmal in da rein fahren warum hab ich los fahr 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 Yoha ich hab deinem Auto nichts getan ich hab nur dir was getan ja ja genau und jetzt verpisst er sich ne ja genau ich ruf äh my brother ich ruf mich an dass sie mir den wieder bringen oder wo machen wir mal so viel Torero und jetzt ruhig die Mechaniker her dass man die Torero hier hin liefert wie immer ich hab schon ne schuld Torero der ist schnell das ist ein bisschen gehabt beschäftigt alter ich bin noch mitten an der Straße jetzt so jetzt helft mir äh komm steck ein ich bin grad am telefonieren bitte lass mich steig jetzt ein Confort Weißt du was denn? Ja wo ist ein PC läuft hier rum? oder wo? Hey the IAA ist verabschied ich mach die Stelle ok ja komm ich steig bei dir ein da musst du mich aber jetzt einmal zu einer position bringen würde du hast nicht genug geld was denn ich hab noch 100 dollar ja warte ich muss so ein typen einrufen einrufen genau ich muss noch ganz kurz überweisen ein boot von hubschrober 700 kostet mich dort was denn wo zu finden wir haben wir haben direkt hier hinten die militärbasis deswegen sollte einsteigen er muss aber dieser 1 das eine ding da hoch springen jetzt wird direkt bei den jets nein nein wir können einfach auch eingang nehmen die panzer nämlich der support auseinander ich habe noch keine panzer gesehen doch ich schon ich bin reingefahren schon mal panzer auf dem flugfeld da sind keine flugfeld wahrscheinlich weil die da gerade erst gespawnt sind dann auf flugfeld muss ich ja das muss doch die panzer ebenso ein schocker muss aber auch wenn du drüber sprichst muss auch an dem vorbei mir dann möchte ich bin liegt der nächste links zu hoch links der hoch hast recht ich weiß wo du Prozent ich weiß wo was du meinst wo man hoch soll aber ne okay ich würde schutzbegelt werden sollten zwei Meter drei tausend Meter von fährend ich finde mich doch die Katzen sehen also mit der Zwiebeln 19 wir möchten gerne einfach mal auf das Feld siehst du sag' ich boh das meinte ich nämlich ich hab also bei mir als ich immer durch den Eingang gefahren bin dann hat ich nie also wenn ich sage nie meine ich auch wirklich Nini äh Panzer wo bin ich denn hier ich hab'n neuen Wagen und der Mechaniker geht einfach nicht ran ey du musstest mich ja mal abholen hier warum hab' ich jetzt Sterne bist du in der Millie Base gespawnt wir springen jetzt einfach rechts hier hoch ja ja äh das Auto ist viel zu lahm nein das schaffen wir äh ne ich hab so mit dem Motorrad versucht hab's nicht geschafft oh ähm äh Militär wir haben nichts verbrochen weil wir eben sollst du ein Sterne haben oh wer ist das denn King Max Alter wie klar ist das schaffen wir doch niemals darüber ja auch geschaffen da ja komm, dreh um, wir müssen hoch nur weil's äh langsam Autos sind äh heißt es nicht, dass sie schlecht sein müssen weil ich ja nicht glaub, ihr nämlich irgendwie nicht ran deswegen komm, mein Baby, komm, 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 fatt um fatt um joo äh Gott ey guck, gehst du schon viel schneller hä, das macht keinen Sinn vor allem war die Polizei auch noch nicht da kann ich, will ich aber nicht alter, der ist scheiß Mechaniker, ne okay, wir springen jetzt in gleich in fünf vier drei drei wir fangen einfach so stumpf dagegen wuuuuh ja ja nein, nicht siehste wir wären fast da drüber gewesen aber fast wenn wir noch ein bisschen schneller gewesen wären ja ne, ja wir können aber nicht, das war schon Höchstgeschwindigkeit oder lass uns mal mit so einem Militär Jeep hier ja neunzen, wir brauchen einmal ihr Auto so verfolgen wird schon äh, ne, das ist ja viel zu haben nein, das schaffen wir ne, mit dem Militär Jeep, äh, Militärwagen hab ich das auch noch nicht geschafft weil ich suche mal hier einen guten Sportwagen raus ooooh den hat man gerade, ne ne, das ist in den Cabrio oh, Gott, Dankeschön für den Boost nein, nein, bleiben Sie bitte hehehe nein, Gott, ich will das Auto haben kannst du meine Liste anrufen? ne, kann ich nicht, ich hab nicht genug Geld aaaaah ich versuch's hier wegzukommen yo, jetzt bin ich weg ein Cargobob dazu ein Cargobob? ich versuch's rüber zu kommen, ja? ja, das Ding ist doch schon viel viel schneller es gibt was her, es gibt was her, es gibt was her ja, ja, nein, doch, nein ich komme holt ihr auch so einen? ne, bräuch ich nicht, ich hab einen anderen, der besser bisschen mehr Anschluss Anschluss und schon haben wir's scheiß Ernst, ich hab grad... du bist in mich reingefahren, Alter ich hab die schon gesehen aus meiner Erfahrung, aber du bist trotzdem in mich reingefahren mehr Schwung brauche ich nicht hast du den gleichen Weg? meine Polizei lassen sie... NEIN ist noch nicht wahr, ey, Leute ich will doch einfach nur ein Jet haben ich auch so, 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 so jetzt gleich... jetzt komm schon, komm schon gib Gas Junge ach du bist drüber, na toll ich hab das mit nem ganz normalen Straßenauto gemacht, ne? ok, leider will ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir das gleich ich glaub das schafft wir nicht mehr das heißt, ciao, euer wird gerne mal bei bei